Todesursache Nummer 1 Herz und Kreislaufversagen Keine Angst mehr vor Herzinfarkt und Kreislaufkollaps Hi und herzlich willkommen Roland Rüttinger hier Schön, dass Sie sich angemeldet haben und dass es geklappt hat Und Sie sind jetzt angemeldet und ich möchte mit Ihnen über ein paar Sachen sprechen, die wirklich wichtig sind Vor kurzem war ich noch betroffener Ich hatte jeden Tag Angst vor einem Herzinfarkt oder Kreislaufzusammenbuch Das Herz schlug oft unregelmäßig und der Blutdruck war immer zu hoch Und es waren oft Aussetzer dabei und Brustschmerzen Heute noch werde ich vom Bekannten immer wieder gefragt Wie ich es in so kurzer Zeit geschafft habe, wieder ein vollkommen gesundes und sogar noch kräftigeres Herz zu bekommen Die Antwort ist einfach Ich habe mich auf die Suche gemacht nach Dingen aus der Natur, was schon früher einmal gut war und vielen geholfen hat Nach den Erfahrungen von anderen Menschen mit den erheblichen Nebenwirkungen und der Abhängigkeit Ganz zu schweigen von einer eventuellen Heilung der Pharmamedizin Nur machte ich mich lieber auf die Suche nach einem Naturmittel Ich dachte, das muss es doch geben Sie werden Erfahrung, warum es dieses Naturmittel heute nicht mehr offiziell gibt Und ich gebe Ihnen eine kurze Anleitung, was ich gefunden habe Ich bin tatsächlich Fünde geworden Ich habe Strobandin gefunden Ein Stoff aus einer afrikanischen Liane isoliert Und war bis 1960 als Heilmittel anerkannt und führend in der deutschen Herzmedizin Sogar bis 1992 wurde es zur Therapie akuter Herzschwäche verwendet In zahlreichen Studien und auch Berichten aus Arztpraxen, Labors und Kliniken Wurde dokumentiert, dass Strobandin in oraler Form in der Akutbehandlung und in der Vorbeugung gegen Herzinfarkt Und auch Herzschmerzattacken eine überraschend positive Wirkung zeigt Und dies auch noch kostengünstig und ohne ernsthafte Nebenwirkungen Dazu kommt, dass die aktuell von der alternativen Lehrbuchmedizin empfohlenen Medikamente Die Leistung des Strobandins bei weitem nicht erreichen Strobandin, seine Wirkung und warum es nicht verschrieben wird Eigentlich ist es ein Skandal, wie Strobandin in der Medizin verbannt wird Dieses Heilmittel könnte die Rettung für hunderttausende Herzkranke sein Wussten Sie, dass die Todesursache Nummer 1 in Deutschland Herzerkrankungen sind? Die fantastische Wirkung von Strobandin ist längst wissenschaftlich bewiesen und untermauert Und tausende von Ärzten haben es erfolgreich eingesetzt Trotzdem überwiegen die wirtschaftlichen Erwägungen Denn durch den Einsatz von Strobandin werden viele andere und teure Therapien überflüssig Nach dem Motto Verbraucherschutz wurde durch die Behörden ein Wirksamkeitsnachweis von Naturheilmitteln gefordert Und nachdem dieser für kleinere Firmen zu teuer und zu aufwendig ist Wurden einfach tausende von bewährten Naturheilmitteln vom Markt gefegt Obwohl von Strobandin jede Menge Studien zur Wirksamkeit vorliegen Genügen diese nicht mehr den auf Druck der besonders großen Pharmaindustrie übermäßig gestiegenen formalen Ansprüche der Behörden Solche Studien sind daher nur noch von großen Konzernen machbar Daher droht einem der wichtigsten pflanzlichen Medikamente der Medizingeschichte das aus Bewiesen wurde in einem Krankenhaus in Berlin-West von 1977 bis 1987 die weltbesten Herzinfarkt-Überlebensraten bei Herzinfarkt-Patienten dank der Verabreichung von Strobandin Ebenso in einer Klinik Sao Paulo Die Studie ergab, dass bei vorbeugender Einnahme der Strobandin-Pille 98,6% der Patienten innerhalb von 14 Tagen vollkommen beschwerdefrei waren Sogar bei gerade eingelieferten Patienten, die in akuter Lebensgefahr schwebten Wirkte eine verabreichte Strobandin-Kapsel zum Zerbeißen bei 85% innerhalb von 5 bis 10 Minuten 99% der Herzpatienten, die das Strobandin vorbeugend einnahmen, waren nach 2 Wochen vollkommen beschwerdefrei In einem deutschen Bergwerk wurde es den Arbeitern vorsorglich 10 Jahre lang verabreicht Sie hatten damit dann keinen einzigen Herzinfarkt-Toten mehr und vorher ohne Strobandin waren es jedes Jahr 3 Stellen Sie sich vor, Sie wären in der Lage, in kurzer Zeit Ihr Herz wieder in einen topgesunden Zustand zu bringen Was wäre, wenn in kürzester Zeit schon Ihr Herz wieder regelmäßig schlägt? Was wäre, wenn Sie eine neue Herzstärke erreichen, ein stärkeres Herz als vor Ihrer Erkrankung? Was wäre, wenn Sie wieder unbeschwert Urlaub machen könnten? Stellen Sie sich vor, Sie könnten jede Sportart, auf die Sie Lust haben, wieder tun Vom Bekannten werde ich immer wieder gefragt, wie ich es in so kurzer Zeit geschafft habe, wieder ein vollkommen gesundes und sogar noch kräftigeres Herz zu haben Nun, ich habe eine alte, vergessene Nanomedicin wiederentdeckt Die Wirkung von Strobandin Es wirkt bei Herzschwäche, Bluthochdruck, arteriellem Verschluss in den Beinen, Demenz, Depressionen, Schlaganfall, Asthma und grünem Starr Und das ohne die krassen Nebenwirkungen von den für diese Krankheiten derzeit verabreichten Medikamenten Als einzige Nebenwirkung kann lediglich eine Schleimhautreizung ohne bleibende Schäden auftreten Es gleicht sogar den Blutdruck aus, also ein zu hoher wird ein niedriger und ein niedriger wird erhöht Die Praxis zeigt, dass durch die Einnahme von Strobandin Bypass-Operationen unnötig werden Es stellt sich deshalb die Frage, warum trotz der Existenz eines solch erfolgreichen und gefahrlosen Mittels jedes Jahr Menschen operiert werden müssen und Milliarden von Euro für minder gute, dafür aber teure Therapien ausgegeben werden Wobei trotzdem tausende von Menschen dabei sterben Wobei doch aufgrund der dokumentierten Beweise die meisten dieser Menschen durch die einfache Einnahme von oralem Strobandin gerettet werden könnten Schauen Sie, wie die heutige Therapie aussieht Viele Tabletten schlucken, Diäten, Gewichtsreduktion, mehr Bewegung, kein Alkohol, kein Nikotin Und wenn das alles nichts mehr hilft, Operationen Das alles bedeutet eine völlige Einschränkung der Lebensqualität Was führt zu den Problemen und wie kann es schon vorab verhindert werden? Es gibt eine schnelle Abhilfe oder auch zur Vorbeugung von Herzinfarkten und Kreislaufproblemen Die meisten Herzinfarkte und Kreislaufprobleme entstehen durch zelluläre Übersäuerung Also zu wenig Obst und Gemüse, aber zu viel Fertiggerichte, Fleisch, Zucker, Alkohol, Nikotin, wenig Bewegung Dadurch herrscht akuter Fetalstoffmangel im Körper, was langfristig zu Übersäuerung Und früher oder später zu Herz- und Kreislaufproblemen führt Wenn man aber schon an einer Herzerkrankung leidet oder einen Herzinfarkt hatte, muss sofort etwas getan werden Und hier ist Strobandin die Soforthilfe Die Entdeckung von Strobandin Es wurde bereits 1859 bei einer Livingstone-Expedition durch Afrika von Dr. Kirk entdeckt Seine Zahnbürste war zufällig von Strobandus-Samen verunreinigt worden Daraufhin besserten sich seine Herzbeschwerden innerhalb kurzer Zeit So ein großer glücklicher Zufall war diese Entdeckung Die Macht der Pharmaindustrie wurde aber ab den 30er Jahren immer größer Dass sich aber das natürlich vorkommende Strobandin nicht monopolisieren und patentieren lässt Und Herz-OPs und all die chemischen Medikamente sehr viel mehr Geld einbringen Wurde Strobandin aus den Lehrbüchern und der Therapie verbannt Und in sämtlichen Nachschlagewerken untergraben Weshalb sich lehre Seiten oder sogar negative Aussagen darüber finden Dubiose Studien stufen es sogar als gefährlich ein Wie wirkt Strobandin? Es entsäuert das Herzmuskelgewebe, unterstützt den Herzmuskel und normalisiert seinen gestörten Stoffwechsel Dazu trägt es zur Zellregeneration und Fidelitätssteigerung bei Die Einnahme ist geeignet als vorbeugendes, unregenerierendes Langzeitmittel sowie als Herz- und Bluthochdruckmittel Strobandin wirkt auch bei Schlaganfall, Aspabonciale, arteriellem Verschleiß der Beine, Demenz, Depression und grünem Starr Es wird fast zu 100% aufgenommen, da Bio verfügbar und selbst in hohen Dosen richtet es keinen Schaden an Fast frei von Nebenwirkungen Im schlimmsten Fall wurde bei 15% der Patienten Durchfall oder ein Druck im Kopf festgestellt Die 15% sind die Patienten, die nicht empfänglich sind für Strobandin und denen es nicht hilft Im Gegensatz zu 85%, denen es hilft Stellen Sie sich vor, Sie wären in der Lage, in kurzer Zeit Ihr Herz wieder in einen gesunden Zustand zu bringen Was wäre, wenn in kürzester Zeit schon Ihr Herz wieder regelmäßig schlägt? Was wäre, wenn Sie eine neue Herzstärke erreichen, ein stärkeres Herz als vor Ihrer Erkrankung? Denn auch dazu habe ich ein Naturmittel entdeckt, zur Herzstärkung bis zu 800% was von asiatischen Wissenschaftlern entdeckt wurde Was wäre, wenn Sie wieder unbeschwert Urlaub machen könnten? Stellen Sie sich vor, Sie könnten jede Sportart, auf die Sie Lust haben, wieder tun Vom Bekannten werde ich immer wieder gefragt, wie ich es in so kurzer Zeit geschafft habe, wieder ein vollkommen gesundes und sogar noch kräftigeres Herz zu haben Nun, ich habe eine alte, vergessene Naturmedizin wiederentdeckt Und ich habe ein von asiatischen Wissenschaftlern entdecktes, enorm herzstärkendes Mittel gefunden Und es gibt noch viel mehr, was zu einem stabilen Herz- und Kreislaufsystem beiträgt Das habe ich für Sie Einnahmeempfehlung Selbsthilfe mit Strophantin Ein Herzinfarkt oder Kreislaufproblem kann jeden treffen Das ist nicht altersbeschränkt Strophantin ist eine pflanzliche Substanz, die 100%ig zur Vorbeugung und auch zur Behandlung eines Herzinfarktes eingesetzt werden kann Mit den Kapseln oder Tropfen in der Tasche kann jeder entweder zur Vorbeugung oder auch bei akutem Herzinfarkt unter dem Verdacht darauf sein eigener Notarzt sein Das tut es für Sie Es wird Ihre Lebensqualität akut enorm verbessern bzw. wieder normalisieren Es wird Ihr Herz so stärken, dass Sie nach der Therapie sogar einem normalen, unbehandelten Herzen überlegen sind Die Lösung führt dazu, dass Ihr Herz wieder normal schlagen wird und zusätzlich noch stärker als vor der Therapie ist Nie wieder müssen Sie Angst vor einem Herzinfarkt oder Kreislaufzusammenbruch haben Die komplette, einfache Lösung habe ich für Sie zusammengestellt und selber erfolgreich angewendet Sie müssen nicht monatelang nach den kompletten Informationen für ein gesundes und sogar noch stärkeres Herz suchen Wenn Sie sie denn überhaupt alle finden Sie müssen nicht lange ausprobieren und alles selbst herausfinden Sie müssen nicht alles selbst herausfinden, um Ihre Lebensqualität wieder schnell entscheidend zu verbessern Klicken Sie einfach hier unten auf den Button Hier habe ich für Sie die verkürzte Lösung Wenn Sie Lust haben, holen Sie sich Klicken Sie einfach hier unten auf den Button Weil mir all diese Informationen so gut und schnell geholfen haben Habe ich mich dazu entschlossen Sie an Menschen, die in derselben verzweifelten Situation wie ich gewesen bin, weiterzugeben Und weil es mir tatsächlich schnelle Ergebnisse gebracht hat Damit Sie das, was ich getan habe, genauso auch für sich einsetzen können Ich zeige Ihnen, wie und wo Sie Stropantin am besten bekommen Ich zeige Ihnen, wie und wo Sie das Rezept bekommen Und ich zeige Ihnen, wie Sie sie am besten einnehmen, dass es funktioniert Damit können Sie, was mir so schnell geholfen hat, auch schnell für sich einsetzen Der große Vorteil ist, dass Sie sofort, heute schon, damit anfangen können Ich zeige Ihnen eine blitzschnelle Alternative Vorab, bis Sie das echte Stropantin bekommen So dass Sie keine Zeit verlieren, falls Ihr Problem schon akut ist Und dass Sie sofort geschützt sind vor Herzinfarkt, Kreislaufzusammenbruch und Schlaganfall Und ich zeige Ihnen alles eins zu eins, wie es geht, wie es funktioniert Und habe dazu einen Preis festgelegt Zweimal 1990 Euro Damit Sie sofort anfangen und umsetzen können Das heißt, einmal heute 1990, damit Sie anfangen können Und einen Monat später, wenn Sie, und da bin ich mir ganz sicher, wieder gesund sind Kommt das zweite Mal 1990 Das heißt, Sie können diese Praxis erprobt Und sofort wirksame Therapie Sofort hier unten downloaden und für sich einsetzen Klicken Sie einfach jetzt hier unten auf den Button Somit wird es für Sie, wenn Sie heute noch Herz- und Kreislaufprobleme haben Machbar sein, diese schnell, also fast schon sofort zu beenden Warum ich das mache, von diesen 2 mal 1990 Euro werde ich nicht reich Aber ich möchte, dass Sie etwas haben, was Sie ernst nehmen Und einen Wert hat, was Ihnen genauso helfen wird, wie es mir geholfen hat Und ich möchte, dass Sie bei der zweiten Rate schon wieder gesund sind Weil ich weiß, dass es funktioniert und Ihnen helfen wird Und dann werden Sie auch in anderen Dingen, die ich gefunden habe, interessiert sein Und wieder auf mich zukommen Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen Jetzt hier unten auf den Button klicken Weil ich Ihnen die Möglichkeit geben möchte, so einfach, wie ich es geschafft habe Wieder völlig gesund zu werden Und schon jetzt wünsche ich Ihnen einen maximalen und sofortigen, super schnellen Erfolg In 30 Tagen oder noch viel schneller Meist wirkt es sehr schnell Aber als Therapie in maximal 30 Tagen ist Ihr Herzproblem garantiert Vergangenheit Bei mir und vielen anderen, bei denen das Problem sogar noch viel schlimmer war War es ja auch so Also warum sollte es bei Ihnen anders sein? Viel und schnellen Erfolg Liebe Grüße, Ihr Roland Rüttinger